Kennen Sie das? Es ist Herbst und Sie haben absolut gar keine Ahnung, was Sie mit Ihrem Leben anfangen sollen? Dann habe ich jetzt die besten Aktivitäten für Sie, die Sie im Herbst machen können. Sammeln Sie ein paar Kastanien und bauen Sie dann ein süßes Männchen daraus. Machen Sie eine Fahrradtour. Gehen Sie eine Runde wandern. Entspannen Sie im Thermalbad, wenn es wieder offen hat. Und bis dahin gönnen Sie sich ein schönes Schaumbad mit einem Gläschen Sekt. Machen Sie einen Spieleabend mit Ihrer Familie oder mit Ihren Freunden. Oder allein. Machen Sie einen langen Spaziergang im Herbstwald. Und sammeln Sie dabei ein paar schöne Blätter, um Ihre Wohnung zu dekorieren. Wow! Schnitzen Sie einen Kürbis, bis auch Regalopelowin schon vorbei ist. Wow! Wow! Es sieht wunderschön aus. Beautiful. Verkleiden Sie sich als gruseliger Zombie. Ist ebenfalls egal, ob Halloween schon vorbei ist. Besuchen Sie einen Ort, an dem es angeblich spukt. Okay Leute, ich bin hier gerade in irgendeinem Haus. Auf dem Dachboden. Oh mein Gott, da ist einfach eine Katze. Mietz! Nein! Mietz, komm wieder her! Mietz, Mietz! Okay, raus aus der Rolle. Foxy, komm wieder her! Gehen Sie ein paar Pilze sammeln. Fußpilz! Bauen Sie sich selbst einen Drachen und lassen Sie ihn steigen. Oder Sie verbringen einfach mal den ganzen Tag im Bett. Was Sie dann dort machen, ist ganz allein Ihnen und Ihrer Kreativität überlassen. Tschüss!